New York, Rio, Tokyo. Ja, im Gelabertum Garten, vorhin kam ich manchmal gar nicht so narzisstisch rüber. Tut mir leid, aber was soll ich machen? Passiert manchmal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Irgendein Scheiß. Jetzt switchen wir wieder durch meine gestern mal aufgeräumte Küche. Zwischendrin sind wieder Bewegungen des Alltags dazwischen gekommen. Also wollen wir doch schnell zu weiteren interessanten Videos switchen. Ich hoffe, ihr findet das auch alles so interessant. So. Na, was soll ich machen? Okay. Ja, und dann ist man irgendwann super kaputt. Aber die Technik verfeinert sich immer mehr. Das Werkzeug verfeinert sich. Dieses große Eisenteil. Meine menschliche Seite. So, schnell weiter im Takt. Ganz geht das nicht. Na, sowas. Hier habe ich gestern begonnen. So, hier sieht man leider schlecht. Da ist so eine Schrottschublade. Diese Piste. Diese hätte, ach scheiße. Hätte man eigentlich wegschmeißen können. Aber stattdessen habe ich sie aufgefüllt. Ich scroll mal hier rum. Mit wieder so Laubzeug unten. Ca. 2-3 cm wurde mir gesagt. Und dann habe ich Erde. Humuserde genommen. Und reingefüllt. Da sieht man mir hier im T-Shirt. Ich wieder später ziehe mich sogar außen. Also oben ohne. Also völlig Erde rein. Ganz schön cleverer Trick. Überhauptlich auch im Video. Dann sieht man hier, wie ich das da reinfülle. Handschuhe immer. Das hätte ich alles schneiden müssen. Stellt euch mal vor. Dann, keine Ahnung was dann ist. Mache ich noch mehr Erde rein. Damit es voll wird. Oh, oben ohne. So kann das aussehen. Sommer ist warm. Und jetzt kommt glaube ich ein krasser Trick. Denn diese Dingsbums ist behandelt. Also lackiert die Kiste. Also mache ich mit diesen gesaveten Chipstüten und so. Die mache ich dazwischen. Zwischen die Erde und das Ding. Und schon ist alles gut.